Hallöchen! Meine Challenge heute ist es, dich zum Lächeln zu bringen und dazu möchte ich dir folgenden Witz erzählen. Stell dir vor, du kommst in den Wald und dir begegnet ein Uhu. Und dieser Uhu begrüßt dich. Wie macht er das? Irgendeine Idee? Uhu! Uhu! Und es ist mir gelungen, dich zum Lächeln zu bringen. Wenn ja, dann gib mir einen Daumen nach oben und teile dieses Video, damit auch andere Menschen heute lächeln können. Ciao!